So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück. Ich hoffe mal der Part läuft jetzt durch, denn ich habe vorhin gerade Probleme gehabt mit Bus Simulator, der ist abgestürzt, Engine Drive ist abgestürzt, hat sämtliche Probleme ausgelöst. Mein PC stürzt langsam komplett ab, er möchte langsam nicht mehr, ich hätte vorhin schon genug Schwarzfahrer angegriffen und viel mehr mit Fahrer gehabt, aber dann dachte er sich einfach mal beim Einsteigen, wir werden mal merken, jetzt geht die Engine wieder, okay, jetzt werden wir mal hoffen, dass es jetzt durchspielt, wenn nicht haben wir ein kleines Problem. Wir haben einen zweimal Hauptbahnhof jetzt, das ist eine komplett neue Strecke hier, die haben wir noch nicht gemacht. Ich habe den Computer, den Fahrkartenautomaten, habe ich ausgeschaltet und hat den folgenden Grund, dass es bei mir der Computer irgendwelche Probleme macht, deswegen... Was? Was ist denn das? Äh... Das war AT gedrückt, für die Leute, die es interessiert. Das gehen wir gleich noch genauer wahrscheinlich durch. Nun, Linie 12. Was? Äh, T. Ah, T. T. Das sind aber geil. Das ist ja immer geil. Was soll ich denn jetzt zu essen? Machst du? Ich glaube, ich habe jemals Kriegfutter. Das finde ich richtig geil gemacht. Macht's. Das ist aber auch neu. Ja, ich habe die Ampel zu spät gesehen. Ja, die habe ich wirklich mittel zu spät gesehen. So, jetzt fahren wir eigentlich relativ weit... Na, äh... Lange der 12 nach. Ich habe einen Unfall gebaut. Ich glaube, ich brauche wirklich mal einen neuen Computer. Dann kann ich für einen Moment lang keine Videos schneiden, weil ich da kein Schneidprogramm dann drauf habe. Und ich muss mir die Grafie-Karte mitnehmen. Ne, hier nicht, okay. Oh, Entschuldigung. Na, wenn er fährt, noch schnell ist, gemacht. Schienenlegerstraße. Ja. Ich kann nichts anderes machen. Ich könnte natürlich lange warten, bis der vorne wegfährt. Hm. Prost. Oh, schnell, Kontrolle. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oh, hab ich denn... Ich hab ihn mein... Na klar. Oh, schnell, ganz schnell, Kontrolle war das jetzt. Nicht, dass mir hier noch jemand mit umsonst fahren lassen. Jeder weiß, dass ich hier zu tun habe. Ich hab ja nur noch ein paar Pfennig auf dem Konto. Ist das meine Mäuse, die so piepen? Och, scheiß LKW. Ach, das Spiel ist so fucking realistisch, was die Sounds angeht. Ey, meine Mäuse, die piepen auch so fast. Okay. Nicht ganz so grell. Oh. Ich freue mich so fucking schon auf die Game zu kommen, die natürlich jetzt nicht mehr lange hin ist, nachdem das Video rausgekommen ist. Das ist so fucking realistisch. So, hier oben ist das Radio. Großen Radios mitnehmen. So. Mich würde mal interessieren, was bei der Gamescom, was da ausgestellt ist. Der Bus-Emulator, was da passiert. Ich mach's sowieso. Ich werd viele Spiele anzocken, auch die es schon gibt's. Rio wäre sowas. Das werd ich wahrscheinlich alles machen. Und dem folgenden Grund. Jetzt kann man die Spiele kostenlos testen. Und wenn sie einem gefallen, dann kann man sie einspielen. Ja. Sechs Sekunden. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Okay, Musik ist ein bisschen dämlich. Den hab ich kaum verstanden. Also, zum Glück steht das ja da. Sonst hätte ich gedacht, das ist ein ganz neues Gespräch. Weiß ich nicht, ob das nachstehen würde. So, für Schockgründen. Ja, ich hab ein paar 40 Sekunden. Das ist, glaub ich, selbstverständlich, wenn die Ampel so in Angebrauch. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war nur Ränker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Die Gamescom, oh, die Leute, ich freu mich schon so sehr, denn ich gucke mir nicht nur die Gamescom an. Ich möchte mir auch Tagebau angucken. Ich weiß nur nicht, ob ich da jetzt noch morgen extra Video machen, weil morgen hab ich noch frei. Okay, dann ist Mittwoch, dann ist Sonntag, dann ist Freitag und dann fahr ich zu meinen Eltern am Samstag früh. Ähm, da werden meine Mäusen alles abgeladen. Och, leck mich doch. Wollt grad mal ein Bierchen nehmen. Äh, dann geht es am Dienstag früh für mich los. Neuer Spruch raus, raus gewesen, das sieht aus wie Santiano von vorne, vorne. Tag. Hätten alle jetzt, äh, Karten gekauft. Aber wie gesagt, das hab ich alles hier übersprungen. Weil das ja mir zu lange dauert. So, jetzt haben wir fünf Minuten, wir fahren in die Stadt rein. Den Zent-O-Mart hab ich noch nie angemacht, das fällt mir grad zu ein. Ey, what the fuck. Also, da hat man auch gemerkt, äh, dass es ziemlich gerugelt hat. Ah, vom, äh, vom Bus her. Los geht's. Alles klar. Das war überhaupt nicht in der Planung drin gewesen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist auch nix wieder da. Bald ist auch nix wieder da. Am Morgen ist dann für mich eben kompletter Aufräumungstag angesagt. Also Stopp-Saugung und, 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 und. Koffer anfangen zu packen. Habe ich heute schon. Also ich habe nur T-Shirts und Socken eingepackt. Mal Socken einkaufen. Boxer-Shirts kosten 6 Euro das Stück. Alter. Ich habe seit Ewigkeiten keine Boxer-Shirts mehr gekauft. Da habe ich erstmal die Kinnlade verloren. Obwohl, meine Boxer sind auch schon drin. Meine Kamera, das werde ich dann noch alles. Das werde ich extra lassen. Die werde ich noch extra aufladen. Und, ja, will ich schon, ach, ich werde mal gucken, wie ich das alles mache. Mein Computer, wie gesagt, der macht ziemliche Sprenzeln. Gerade geht es eigentlich. Also einigermaßen. So, schön Blink hier reinsetzen. Oh, wenn es im Echtennehmen natürlich nicht so ist. Ja! Genau. Das war ich nicht. Das hat ein... Das hat man jetzt aus der Tübe gesprochen. Also, irgendwas spinnt da komplett rum. Ja, gut. Die drei Minuten sind, glaube ich, jetzt langsam selbstverständlich vor mir. Ja, und dann muss ich noch hinten so ein Mittelzeug zusammenpacken. Meine erste, da habe ich zwei Kontrolle im Moment. Ich möchte mir eine zweite Kontrolle auch kaufen. Ich bin ja in Köln drüben beim Rituladen-Shop. Will ich gucken gehen. Und... Ja... Jetzt bin ich mal gespannt. Die Stadt ist eigentlich nicht für die Gebürze ausgelegt. Ja, da will ich mir ein paar Sachen kaufen. Aber da kommen später vielleicht noch ein paar Videos dazu. Sowieso allgemein. Ja, mein... Ja! Jetzt sinkt's komplett. Was stinkt denn hier so? Also, aus irgendeinem Grund... Der steht fest. Der hängt fest. Ich weiß nicht, was da los ist. Hoffentlich wird mir ne... Hier, jetzt hat's grad nicht funktioniert, die Tastatur. Aber vorhin bei Battlefield gab es sehr, sehr große Probleme mit der Tastatur. Tastatur und Maus. Am Anfang haben wir die Maus rausgeflogen. Tastatur und ach... Nächster Halt, Westschweinchen. Ui. Ich wollte noch nicht alle hier einsteigen. Ey, grüne Husten-Animationen. Das find ich geil. Das find ich gut gemacht. Neun Minuten nach Zeit. Letzte Haltestelle. Da gehen wir jetzt nochmal alle durch. Ja, die sind jetzt so dumpf gewesen. Wenn wir jetzt nochmal den Vergleich hinten nehmen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier, hab ich Ihnen... Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Also, wie gesagt, allgemein macht das hier Probleme. Mein Computer kann sich aber vorhin, der hat auch nochmal seine Ruhe. Oh, Early Event ist aus. Deswegen kann ich losfahren. Ich hoffe es mal. Nächster Halt, Ostschweinchen. Endstation. Bitte alle aussteigen. Häh! Eiii, oh! Ja, Winterlandeinschaft. 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 Nächster Halt, Ostschweinchen. Endstation. Bitte alle aussteigen. Leck mich. Alter, heilig, diese fucking Fahrt vorbei. Oh, da. Ja, äh, ich würde jemanden noch reinfahren. Und würde einfach mal sagen, dann wende ich den... den Part natürlich so. Wir werden mal gucken, was der Part rausbringt. Da würde ich die Stadt so ein bisschen auch jetzt einparken mit dem Gehbus. Wir haben seit langem nicht mehr eingeparkt, deswegen... aber nicht rückwärts. Also, das kann ich nicht hier vergessen. Also, ich rückwärts mit dem einparken. Worauf ich mich am meisten eigentlich bei der Gamescom freue, das sind... äh, ist auch der... das Battlefield. Da werde ich mich... auch wenn das vielleicht drei Stunden dauert. Und ich werde, äh... die neuen Landwirtschaft zum Lotto. Das ist für mich ein Muss, äh, dort, äh... hinzugehen. Wir werden dann mal gucken, was es sonst noch gibt. Ich weiß gerade mal... Battlefield und, äh... den Landwirt würde ich gucken. Jo, genau. Ach komm, Ende. Ende. Oh. Zehntausend Kollisionen. Alter Schwede. So, jetzt gucken wir mal kurz... strecken wir mal... Warum ist diese... diese Pfad... warum ist sie nicht... abgesch... das werde ich gleich mal gucken. Dann werden wir mal den Pfarrer hier draufsetzen und mal gucken, was das ist. Natürlich, wenn nicht der ganze Pfad gefallen hat, gibt es noch einen Moment, schreibt mir in den Kommentar und dann müssen wir nichts mehr sagen. Dann wenn sie... Ciao, ciao.